Servus was geht da??? Ich bin behindert aber okay Servus was geht da Freunde Ich bin Safari 6 Wochen lang nicht gemeldet oder 7 Ist ja auch egal Handyware am Sack Kameram Sack Was soll ich machen Freunde So ist das viel Ja ich hab euch vermisst man Ich schwöre hoffe ich bleibt ihr Seid ihr treu geblieben und meine Abonnenten zahlen Alles ein randaliert Kennst ihr so vom Pferd so die hat gedückte 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 naja egal ja in zwischenzeit habe ich cds bestellt und es kommen jeden gefuckten tag paar cds raus präsentation von mir natürlich und ja ich weiß nicht wie ich es präsentieren werde alle zwei tage oder bipapo oder so naja ja seid ihr alle noch 60 jung und knackig geblieben ich auch und freunde ja neue präsentation auch wenn schon abgelaufen ist die cds aber egal ja wenn ich so seite schaue ihr wisstenskamera richtig ist das trala ich muss heute schnell machen dass wir dass das video nicht über 100 jahre dauert sonst ab laut 20.000 uhr dann könnt ihr video so drei vier morgens sehen sie passt ja ich bin wieder da jetzt wird geknattert freunde an der rand und ich vermisse ich habe euch vermisst ich vermisse euch ich habe euch vermisst dieses ihr wisst es herz ist bei uns und ja präsentationen nummer das ist die nummer 25 jetzt präsentation nummer 25 ja okay präsentation von meinem bruder farid breng breng sag schon bang ist heute dran moment hier asfalt masaka 3 egal ich zeige euch mal so das ist die box die habe ich von hinten von der seite und das und das ist der banger macbook oder was soll ich wissen das ist eine zeitschrift habt ihr eh schon alles gesehen das ist nichts besonderes und da steht halt mein kit ah jetzt kann ich mal hier ein bisschen promo casey rebel album müsst ihr vorbestellen wenn ihr wollt wenn ich dann ist egal bestell ich guck schon zu ach da was soll ich denn zeigen alter hier steht wie die gekämpft haben und so weiter ich kann nicht jetzt eine extra video machen wo das jede einzige seite zeige freunde das ist nichts besonderes also ist schon was besonderes für uns also ist comic drin von farid von seinem letzten tag seines lebens album und halt ein paar interviews und so weiter und so fort und lasst knacken ihr habt schon bestimmt gesehen wenn nicht dann bestellt euch das oder naja ja ja hier ist seit marsaka 3 wieder dunkel es regnet aus sturmt und das leute steht hier fahrrad beng ja und ja macht die box mal auf so ich werde euch das t-shirt zeigen aber ich will es nicht aufmachen weil ich habe keinen bock guck mal ich erkläre es euch freunde ihr wisst ja schon wie das asphalt massaker 3 shirt aussieht und hier wenn das t-shirt jetzt aufmache gell hier wenn ihr es sieht moment so und aufmache und dann kann ich das nicht mehr so schön da rein knicken wie das jetzt so ist halt und dann passt das nicht mehr da rein mein herz verletze mario nein spaß ich muss ein bisschen berühren ich habe euch vermisst deswegen muss ich alles wieder zeigen und ja ihr wisst ja wie asphalt massaker 3 logo aussieht und das shirt gute material übrigens habe ich mal geschnuppert es ist gut und daher tut mir es leid aber ist auch nicht schlimm man ihr liebt mich doch ihr wisst es doch wir lieben uns alle daher hier so sieht das logo aus asphalt massaker 3 und hier etwas kar kacke was tut mich das boah hier tornado so hurricane ich schwiege manchmal rufe ich so sherry sherry lady der vati kriegt ein baby spaß ok äh hier die tour ist schon längst vorbei glaube ich oder ja schon vorbei habt ihr pech gehabt was soll ich machen kurva ja öhm lalala wenn ich das aufgemacht habe tut mir leid ich konnte nicht warten ich wollte jetzt sechs woche dafür oder was ich will ja die musik haben um mich inspirieren lassen mein lieblingslied ist bender äh bender eben warte ich muss mich berühren bender im periode beste song vom album einzelne alle geil von Anfang bis Ende aber so mein herz hat mich inspiriert diese melodische dddd naja äh das mache ich jetzt auch für euch freunde eigentlich habt ihr es auch schon gesehen aber egal ich will ja ein bisschen präsentieren nicht einfach mal zeigen die kacke also wenn ihr euch nicht wenn ihr es nicht sieht dann ihr wisst ja schon so sieht es aus jawoll jackpot jetzt drehen sorry zack so das ist das alte asphalt massaker 1 cover gewesen aber nur in neuheit wie circa und ja meine freunde wie geht's euch schreibt mir in die kommentare wenn ihr bocht um dies das und jetzt kommen wir zum album trátatatatataté mein name Er hat diese geilen Alben. Immer ich. Seht ihr? 1, 2, 3. Booklet 1, 2, 3. Aber egal. So sieht es aus. Ich zeige euch die CDs natürlich. Ich kann nicht mehr. So. Boah, das ist doch geil. Schwarz, Alter. Das ist die normale CD. Jetzt kommt Instrument. Auch schwarz. Jetzt. Boah, das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt. So. So. Orgasmus. Orgasmus. Am linken Bein. Link ist hier. Ich hatte es noch nie. Tut mir leid. Einfach mal. Rot. Motherfucker. Rot. Von vorne. Von hinten. Einfach mal. Rot. Guck mal bra. Sag schon bra siehst du mal. Virata. Aber Freunde man. Ich krieg. Boah. Gänsehaut von da. Bis zum Knie. Zum. Aber egal. Das auch. Ey. Der beste. Einfallsreich der Farid. Ich bin stolz auf dich. Ich bin Fatibank und das ist Farid Bank. Ich werde irgendein Feature mit denen machen. Wenn ich das schaffe. 100.000 Milliarden Arbus. Okay. Booklet Style. Erste Seite. Zweite Seite. Dritte Seite. Vierte Seite. Vierte Seite. Fünfte. Wenn man sich sieht. Sechste. Siebte. Na gut Freunde. Das habe ich mal gezeigt. Einpacken. Asphalt Massaker 3. Die Trilogie. Lalalala. Schubidubabab. Okay Freunde. Farid Bank. Unterstützen wenn ihr es noch nicht gekauft habt. Oder schon. Wenn ihr nicht das kaufen wollt. Ist auch nicht schlimm. Ich habe es euch nur gezeigt. Wie das Album aussieht. Tralala. Ihr wisst das läuft. Und. Ja. Ich wollte. Dass ihr mal ein bisschen reinschnuppert. Vor allem. Nur ein bisschen reinschnuppert. Ihr müsst nicht. Wenn ihr Farid habt oder so. Ist kein Problem. Ist eure Meinung. Meine Musikgeschmack. Die ist das Tralala. Uppercut. Äh. Ja. Ich habe es nur euch gezeigt. Dass ihr mal. Oh was das für Scheiße. Gebt nicht mal. Hör zu. Oder was. Hä. Hä. Was ist das für ein Kack. Achso. 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 Hä. Moment. Ey. Ich rede dabei ein bisschen. Äh. Quatschen. Und ja. Ich habe Farid unterstützt. Unterstützen auch wenn ihr Bock habt. Wenn nicht. Ist auch nicht schlimm. Äh. Habe ich auch schon glaube ich schon gesagt. Aber egal. Ich wiederhole es gerne. Nochmal. So. Asphalt Massaker 3. Die Triologie. Farid. Ich weiß nicht. In einem Song sagt ihr, dass er in Rente geht. Ich weiß es nicht Freunde. Ich weiß es nicht. Und. Mal knacken. Äh. Mal knacken. Lass knacken. Mal gucken. Entschuldigung. Nein. Bald gibt es ein Gewinnspiel. Ich habe jetzt lange überlegt. Was für ein Gewinnspiel. Aber. Das würde ich jetzt nicht verraten. Wie die alle anderen Kanakische. Freunde. Na ja. Bald gewinnspielen und so. Ihr wisst es. Wenn ihr bis jetzt zugeschaut habt. Gibt mir einen Daumen hoch. Da. Hashtag. Fati ist da. Fati ist da. Fati ist da. Fati. F-A-T-I-H. I. S. Und da. Mit 3 A. Also. D groß. Da. Da. A-A-A. Für. Affe. 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 Nein Spaß. Das schreibt ihr nicht. Also. Fati ist da. Endlich. Ne. Endlich nicht. Nein Fati ist da. Fati ist da. Es geht. Ne. Das schreibt ihr nicht einfach. Fati ist da. Hashtag. Wenn nicht dann hab ich Pech gehabt. Ist ja auch nicht schlimm. Ihr macht das eh nicht. Daher. Ja. Freund. Ich liebe euch. Also. Bitte. Bitte. Abonnieren. Teilen. Klatschen. Warum klatschen überhaupt. Ich bin behindert. Und ja. Ne. Ich will nicht bitten. Macht das. Wenn nicht. Dann. Piu. 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 Wenn ich das heute wieder hochlade. Nächste Präsentation. Morgen. Bestimmt. Ja. Ich geh ab jetzt. Jeden Tag glaube ich. Ich versuch. Alle zwei Tage. Oder morgen. Wie ist das. Tralala. Und ja. Asphalt Massacre 3. Wenn ihr es gekauft habt. Super. Wenn nicht. Ist auch nicht schlimm. Nächste Präsentation. Überzeuge ich euch. Oder auch nicht. Fahri Peng. Asphalt Massacre 3. Ich zeig euch nochmal. Euer Vati. So. Zack. Lebt wohl. Ach lebt wohl. Machs gut. Schönen Tag noch. Schlaf gut. Euer Vati. Peace.